Mein Name ist Gabi Schmidt und ich stehe hier für die Freie Wähler Landtagsfraktion. Ich bin Mitglied der Kinderkommission und vertrete auch meine Fraktion als stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und über was wir heute reden wollen, das ist uns besonders wichtig. Und zwar das sind die Kinderrechte. Jedes Kind in Bayern und jedes von euch Kindern hat das absolute Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ihr habt auch das Recht, dass euch sexuell niemand belästigt, niemand anfasst. Das ist euer absolutes Grundrecht. Und es gibt auch Familien in Bayern, die gewährleisten ihren Kindern nicht eine gewaltfreie Erziehung. Und auch nicht in der Erziehung, dass der Wille der Kinder gebrochen wird. Für das kämpfen wir Freien Wähler, meine ganze Fraktion und ich. Wir stehen da komplett hinter den Kindern. Das sind einige wenige der Grundrechte für Kinder. Morgen früh starten wir mit einer Initiative gegen sexuelle Gewalt an Kindern. Also jedes Kind hat das Recht, so zu lachen und so fröhlich zu sein. Und das ist uns das Allerwichtigste. Und bitte kämpfen Sie mit uns dafür. Ja, danke. Ja. Das war's für mich.